Er ist der heimliche Star des Bergstadtfestes. Seit Freitag 15 Uhr verkehrt der Bergstadtexpress wieder. Er ist auf der Strecke zwischen Branderbesdorf und Freiberg unterwegs. Organisiert wird er auch diesmal wieder von einer großen Zahl an Enthusiasten mit Unterstützung der Pressnetztalbahn und zahlreicher weiterer Unternehmen und Vereine. Also es gilt hier im Zug das 9-Euro-Ticket, der VMS-Tarif von der Tarifzone 10 und für diese beiden ist ein Zuschlag zu entrichten. Weil wir hier ein historisches Vorzeug haben, was hier irgendwie unterhalten werden muss. Nach den Haltestellen Bertelsdorf und Zug erreicht das sogenannte Ferkelchen. Den Bahnhof Branderbesdorf. Dort ist nur ein kurzer Halt und schon geht es wieder zurück nach Freiberg.